So, damit sind wir dann auch schon bei der letzten Aufgabe, die wir haben, nämlich Sprich mit Charakteren. Wo werde ich das Ganze machen? Hier an der Feuerstelle, wo die nette Entferner ist, weil da weiß ich auf jeden Fall, da ist eine zum Ansprechen. Und ansonsten geht einfach normal in die Städte, guckt überall, wo Leute sind mit den Sprechblasen und sprecht die einfach an und somit habt ihr die Aufgabe eigentlich schon gemacht. So, wenn ich euch da schon helfen konnte, lasst doch gerne ein Like da, Abo natürlich auch gerne gesehen. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games oder jetzt am Anfang zusammen zu leveln, bis Level 215 geht es ja diesmal, wo man noch was bekommt, dann schaut doch gerne im Livestream vorbei, deshalb auch gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr mitspielen wollt, gerne schon mal eine Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon dann im nächsten Livestream. Ich sage ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Aufgaben hochladen, Informationen etc. pp. Deshalb habt da ein bisschen Geduld. So, ich lande genau hier oben. Hier werde ich natürlich ein bisschen Besuch haben, nehme ich mal an, weil die Hühner laufen hier rum, da sind die Wildschweine. Ja, wir sehen schon, die erste ist schon da unten. Entferner ist auch da. Gerade mal gucken. Also wie gesagt, zu dem Charakter hin, einfach ansprechen. Und dann habt ihr quasi schon einen von drei. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den noch getötet bekomme. Oder aber er zieht einfach durch. Natürlich, den Bogen. Der Bogen. Der Bogen ist zwar schön und gut, aber nur wenn du trischst. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich noch irgendeine andere Waffe, wo ich einen Krampf finde. Und ja, einen zweiten Bogen. Sind wir hier bei Robin Hood? Eieiei, das kann ja was werden. Also, ich denke mal, ich werde jetzt sterben. Aber ihr wisst ja. Toll, ich will auch nicht in den Bot und schießen. Aber ich denke mir, ihr wisst jetzt, was ihr machen sollt. Natürlich. So kann man es natürlich auch machen. So. Dann einfach sie ansprechen. Zack. Natürlich schon mal ein Sonderkopfgeld. Minis, alles ist am Start. Da, ihr seht schon, eins von drei Charakteren. Jetzt müssen wir natürlich einfach zum nächsten hingehen. Ich glaube, der nächste Gegner ist auch schon da. Ist da irgendwo. Ich schätze mal, der ist da unten im Haus. Aber der Headshot war natürlich nice. So, da hinten haben wir noch ein Wildschwein. Aber ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, mit der Aufgabe schon helfen. Einfach drei Charaktere ansprechen. Einfach nur ansprechen. Ihr müsst nichts kaufen oder sonst was. Und das war es schon mit der Aufgabe. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.